Ist er jetzt bereit? Ja, überhaupt nicht. Ja. Oh, achte auf die Uhr. Ach du Scheiße, mit Druck bei Uhr. Ne, normal, normal, normal. Also einfach normal jetzt, weil dann geht's zügiger und dann, weißt du, ist einfach... Wir können auch wieder umstellen. Nein, alles gut, alles gut. Wir sind bereit. Die wüsstigste Runden waren die schnellsten, weil dann kommt immer irgendein Bullshit raus. Super lustig, aber können wir ja alles tun machen. Oh, ich hab ja nichts überlebt. Oh, oh, schee ich auch nicht. Ich hab mir gar nichts überlegt. Ich hab mir auch nichts überlegt. Oh, ich hab mich schön begriffen. Schön begriffen. Man muss selber nicht das zeichnen, was man reinschreibt, nicht wahr? Ja. Ne. Ah, sehr gut. Sehr gut. Ja, dann viel Spaß mit meinen. Ich mein, ich muss es ja nicht zeichnen, ne? Zeichne Würde. Okay, glaub ich gut. Sache ist, wenn ich nicht nachdenke, kommt sowieso irgendeine Scheiße raus, deswegen ist das gar nicht so das Problem bei mir. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Oh, was soll ich denn? Und das noch mit Tony Strimmit. Was soll ich da bekommen? Okay. Was soll ich denn da bekommen? Funk, warst du das du? Eventuell? Ich muss das jetzt schick zeichnen, wenn das deins war. Ich weiß jetzt gar nicht, wer von beiden wer ist. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich weiß gar nicht, wer von beiden wer ist. Es ist so schwierig. Oh, wie soll ich denn das malen? Ich hab keine Ahnung. Oh, oh. Ähm. Ich hab's aber. Was? 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 Oh, ich glaub ich hab... Ja, ich hab mich verwechselt. Oh, Scheiße, aber die Zeit läuft. Ähm. 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 Oh, mein Gott. Schön. Wunderbar. Leute. Ähm. Ähm. Ich weiß gar nicht, wie... Wie macht man den? Ich hab keine Ahnung, wie man den malt. Toll. Oh. Oh, was? Das wird schon gehen, ne? Damit kann man arbeiten. Damit kann man arbeiten. Das wird schon gehen. Keine Ahnung. Ja, wie geht schon, ja. Das ist wie Kindergarten, ey. Deswegen, ich hab auch nie meine Technikünste irgendwie verbessert. Die sind immer geil geblieben. Die sind nie besser geworden. Das ist ja furchtbar. Das ist wirklich super furchtbar. Das ist wirklich super furchtbar. Wer hat das... Wer hat diesen Begriff vorgegeben? Ähm. 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 Was ist denn das? Was habt ihr denn eingegeben? Was ist denn das? Was... Ähm. 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 Hä? Wo schreiben wir denn so? Ich... Ich bin mir nicht... Oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich... Ähm. I don't know. Also... Ähm. Ja. Ich würd sagen... Keine Ahnung. Ich mach einfach. Was soll da passieren? Oh Gott. Was? Oh mein Gott. Äh. 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 Ich hab keinen... Ich hab keinen Schieflaufen. Okay. Weh. Das... So, warte. Ich mach hier auf. Oh Gott. Das ist wieder schrecklich. Äh. Ach du heilige Kacke. Äh. Ähm. Bäh. Ist okay. Gehen mal. He. So. Ich meine nur den Begriff, ich weiß nicht was ihr habt, lasst mich in Ruhe. Oh mein. So. Und noch. Nein. 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 So, also ich finde, ich finde auch, dass es eigentlich, also es müsste eigentlich durch sein. Du musst jetzt aber ganz schön noch was dazu machen, sonst denkt man. So, noch ein bisschen hier. Ja, Moment, ich gehe gleich ran. Die Pause klingelt. Ja, Sekunde, ich muss ja noch... Bei euch waren die auch auch die Pausenglocken damals alle die schrillen Glocken am Gang, gell? Weil jetzt haben die ja alle so elektronische. Nein, es sieht jetzt noch komischer aus. Oh Gott. Haben die wirklich? Die meisten glaube ich. Ich bin nicht so sicher. Hier. Also bei uns wäre sie elektronisch. Echt? Du bist verwöhnt. Oh. Oh Gott. Ähm. Ich habe nicht mal ansatzweise eine Ahnung, was das denn sein soll. Ähm. Oh Gott. Das... Naja, ist er gar nicht, ne? Ich bin mir nicht... Ich bin mir nicht ganz sicher. Was ist denn jetzt los? Was sind das für Worte? Was macht ihr denn? Das ist 100% vom Funk. Was hab ich denn gar gekommelt? Wie soll ich das mahnen, dass wir nicht von Twitch gebannt werden? Das hab ich mir auch gedacht. Oh mein Gott. Boah, keine Ahnung. Darf man die Person fragen, was sie für eine Augenfarbe hat, damit man das irgendwie mehr identifizieren kann, oder soll man das nicht sagen? Ich weiß nicht, wie ich das mahlen soll. Das wird nix. Darf man fragen? Ja. Frank, was hast du für eine Augenfarbe? Alla. Danke, Frank. Du machst es jetzt sehr einfach. So. Ja. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich muss mich auch ein bisschen beeilen, ne? Ich hab nicht viel Zeit. So, wir müssen hier gucken, dass wir hier fertig werden. So. Das ist also nichts. Aber ich hab keine Zeit. Ich kann das nicht neu machen. Das ist alles zeitmäßig. Oh Gott, ich hab auch nicht mehr Zeit. Ähm, ähm, ähm. Wie sieht denn sowas aus? Ich bin auch gerade im Überlegen. Also, ich will zeigen, es gelungen. Ja. Ich hab keine Ahnung, wie ich das mache. Das wird ganz furchtbar. Ähm, ich sag schon, ich sag schon gar nix mehr. Ey, ich vergleiche einfach alles gerade komplett. Warum ich immer nur eine Person die ganze Zeit mahlen muss in solchen Posen, ey. Das ist echt ganz furchtbar. Du gerettet. Du schaffst. Ah, Pisse. Egal, ich hab auch nichts mehr. Ich hab's falsch gemacht. Kassel. Egal. Ich hab ich nicht mehr. Oh nein. Also, der kriegt man schon. Das ist, ich hab, ich weiß, ich, ich hab keine Ahnung. Was ist denn das? Das ist doch Tobis Zeichnung schon wieder. Was hab ich gedacht, was ist denn das? Ich hab, ich hab noch Tobis Zeichnung, oder? Was ist das? Warte mal. Oh. Ich glaube, das könnte sein. Ich weiß nicht, wie so die Lara letztes Scrimmy IO so super schnell gemalt hat. Die hat ja die ganze Zeit Gartig von vorher gespielt. Ich weiß nicht genau. Das geht viel zu schnell. Ich hab... Ich glaube, das wird sein. Fangt nicht ab, ihr. Ich weiß, ich hab keine Ahnung, was ich war. Oh mein Gott, das wird sogar ganz fürchterlich. Das wird ganz fürchterlich. Das wird so gut. Ich weiß überhaupt nicht, was los war gerade. Ich bin einfach nur noch verwirrt. Das wird ganz... Ich möchte Alkohol trinken, bitte. Ja, bitte. Bei meinen Fragen ist es ein Wurm. Ja, stellt euch einfach vor, es sei ein Wurm. Oh Gott. Tobi Nitter spielt Völkerball mit Funk. Boah, das kommt von dir, du Arschloch. Der Fließabband, ne? Oh Gott, ich... Oh Gott, ich... Hab ich es kippen? Wer hat denn mein Kass? Wer hat denn mein Kass? Wer hat denn mein Kass? Frank, willst du links oder rechts sein? Such's dir aus. Das ist meine Scheiße. Ich glaube, ich bin rechts. Ich glaube, ich hab die große Fitte. Ich find den Bauch schön, find ich. Den Bauch find ich schön. Zwei Leute werfen sich einhändig einen Waldschirm. Oh Gott, jetzt ist ja noch schwer. Oh, okay, das ist immer süß. Das ist immer süß. Tobi hat sich ja schön gemein. Waldspiel in der Sonne. Das wird ja voll so fremdisch. Ja, ja, ja. Alter, was für ein fieser Begriff. Was ist denn da? FKK-Stadt ist ein Ort. Schade, dass das einhändig nicht übernommen wurde. Oh Gott. Oh Gott. Ah, das war herrlich. Ich mach den Tobi für den Bauch. Kann man die Runden eigentlich verlängern, dass man noch mehr Runden macht? Also, dass das dann noch weitergeht? Ich glaub, das ist Personenzahlabhängig. Genau. Ah, okay, schade, schade. Ich hätt jetzt gern noch nackte Volleyballspielen gesehen. Ich hab einen Gesichtskrampf, freu ich euch auch. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt bin ich gespannt. Satan. Putzzi trägt ein rotes Kleid und tanzt mit einem Tobi. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Immer charmant. Hübsch. 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 Sieht gut aus, Putzi. Hübsch. 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 Warte mal. Oder Postboten. Wie sieht ein Postbote aus? Der hat doch Geld nicht gekämpft. Der Postbote. Der hat doch Geld nicht gekämpft. Der Postbote. Der frisst meine Post. Ich weine, ich weine. Oh, die sind noch nicht durch, ne? Voll lange nicht, voll lange nicht. Ach so, das war das, ach so, um Gottes Willen, das war das, das ist Frank, so wie Frank aus. Ey, das ist voll scheiß Oster, ich hab mir... Das könnte wohl wieder Postbote sein. Der Putzenwurm hat eine geschnecht. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, deutlich. Putsi hat eine geschlechtskrankheit. Ja, aber immerhin! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Diese roten Haare da unten, Putzi. Ja, das Rote hat mich irritiert. Hat gejuckt! Das Rote hat mich irritiert leider in meiner Antwort. Verdammt. Putzis Muschibuschbrett. Muschibusch! Muschibusch! Hat auch! Hat auch gebrannt! Oh Gott! Naturbrand! Scheiße, ich hätte mal jetzt auch zensieren sollen. Ab jetzt zensier ich auch. Oh, oh! Das hast du aber schön gemalt! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Apropos Funk! Apropos Muschibusch! Hm? Warte! Muschibusch! Muschibusch! Was mag denn da wohl kommen? Oh! Ich hab ein bisschen Angst, auf weiterzudrücken. Nein, was war Fuck? Fun, schön gemalt! Tschüss! Tschüss, Twitch-Channel! Es war sehr schön mit dir! Ich bin dabei! Ich bin dabei! Ich dachte immer, den Kätzchen! Ich dachte immer, den Kätzchen! Hä? 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 Was?! Die Zeiten sind so knapp. Alter, Patsa-Punch! Reut das durch! Oh, nein! Ausatmen! Was? 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 Wir haben es durchgestreucht, so gemacht! Oh, nein! Tobi muss verheißern! Oh, nein! So! Jetzt versteh ich's! Ja gut, wenn wir vor der Fun grillt haben! Falk Katz, ich sein Würstchen ein- bitte. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh Gott! Oh Gott! Ich hab's mir entverstanden! Ich will nicht mehr! Ich will nicht mehr bauen! Wo meine Augen kommen soll! Putzen ist eine Bratwurst durchs Telefon! Okay... Das hab ich erkannt! Okay, ich weiß, was da was wird! Oh, okay, ich weiß, was da was wird! Oh je! Ey, Daniel! Tobi, du machst das mit gespannt! Äh... Das ist einfach Hotdog-Essen! Das ist einfach Hotdog-Essen! Ich weiß nicht, was ihr habt! Ich finde auch, wie es genießt! Der hat die Augen geschlossen! Das ist sehr lecker! Pan ist einen ganzen Hotdog! Das ist doch nicht Pan! Mit dem Stoppeln! Ich hab mich verlesen bei Hotdog! Ich hab Donut gelesen! Ich weiß nicht, warum! Warum seht ihr mich die Pan wie den letzten Drachen? Du bist so klein! Prof, hallo! Fahen Sektsehle wütend an einem Dorn! Prof, hallo! Huuuunsch! Hup, hallo! Hup, hallo! Hup, hallo! Hup, hallo! Hup, hallo! Funk ist traurig, wegen Hosen schlägt's Solo die Wackel-Fiasko. Okay, es ist ein Wurm. Ich wollte tatsächlich ein Wurm malen. Wurde ich wirklich. Ich hab's gesehen. Ja, ich... Oh mein Gott. Ja? Ja? Es tut mir allein. Es ist ein Wurm. Es ist ein Würmchen. Aus Funks Hosenschlitz schaut ein Wurmchen. Oh je, das hat mich bekommen. Daneben ist das Switch-Logo. Ich dachte, da käme es vielleicht. Ja, da käme es vielleicht. Ich hab ein Foto von Funk. Oh! Ja, mein Fucker! Krass! Ey, Greep hast's gut gemacht, Greep. Der Creepy deckt alle Mysterien auf. Ein Arzolotl als Steuerberater. Oh mein Gott! Was für fiese Begriffe! Was für fiese Begriffe! Was für fiese Begriffe! Oh! Oh, wie cool! Das ist aber voll cool! Oh, wie cool! Das ist voll gut! Ja. Ja. Axel Voss mag keine Kinder in Schule. Raus aus den Schulen! Ja. Das ist ja genau so. Ja. Oh! 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 Oh, ooooh! Oh, oh! Ach, ich hab hier! Oh, was? Oh! Oh, was? Warum nicht gut? Ja, ich war gut. Das ist aber lieb! Das ist aber lieb! Das ist aber lieb! Künstliche Intelligenz auf Schulen und Schulen... Ich hab keinen, guck doch das Bild, ich wusste nicht, was es sein soll. Das tut mir leid. Das war jetzt zuerst, ich hab's kaum mehr. Leute, ich geh mal ganz kurz was zu trinken und ich bin sofort wieder da. Oh, okay. Oh, okay. Oh, sofort wieder da, warte im Moment.